so priviert freunde der gepflegten männerunterhaltung hier so zweite runde jetzt schauen wir mal ob das ziel erreichen diesmal wie immer gespannt dann starten wir mal den motor die handbremse lösen ja ohne handbremse fährt sich besser das stimmt was brauchen die männer am abend nach dem feierabend immer glücklich zu sein bierchen und spaß und viel matsch und viel matsch herrlich blubber schaut mir kommt besser voran als ich ja du hast auch ein bisschen mehr last noch hinten dran da haben wir mal vorfahren moment du hast ja gar keine anhänger dran ne bist du ein faule schwein nein ich habe den anhänger hat konnte nur der der irons nehmen bei sich ich komme bei mir nur den aufleger dran packen ich habe auch noch die anträge ich habe auch einen anderen track wie du ja ja anderen deswegen ja wir haben beide den gleichen nicht stehen bleiben fahren wir fahren aber auf der seite lang nicht über die über den hügel sonst zieht es dem psycho wieder mit seinem mit seiner plauze nach hinten soll er fahren wir hier lang hat jemand die strecke eingegeben teilweise ja teilweise das sind wieder aussagen hier ja ich weiß nicht wie die rechts 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 ja ja ich weiß nicht wie es bei der zugedeckten karte noch mal war psycho psycho seine aussagen sind immer so wie so ein bisschen schwanger okay ich bin so ein bisschen schwanger glaube ja andere weg 100 prozent sicher aber ich weiß es geht auch geradeaus und dann haben wir also jetzt hier runter und dann da wo die karte noch schwarz ist oder wie genau richtig richtung verdeckung richtig genau dort wo wir gewendet haben der große platz zu dem platz zurück ja ja da geht noch der weg geht noch geradeaus weit aber und dann ist man außen rum ein stückchen fahren ok dann probieren wir das mal die navigation ist auch cool gemacht jetzt geht 1 plus du musst nur fahren und dann direkt schalten da geht es nach 1 plus und was bringt 1 plus du bist schneller du bist schneller so mut abgewürgt dankeschön ja soviel zum thema 1 plus ja du musst während der fahrt musst direkt schalten du brauchst die 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 motordrehzahl muss relativ hoch sein ok da kannst du ein bisschen schneller fahren dann gut ich bin hier gerade froh über unterturik so kommt und ich glaube der mittlere gang oder beziehungsweise der dritte ist dafür gedacht für langsamer zu fahren für mehr kraft zu übersetzen ok woppel achtung hier dauert es gerade durchfahren da holpert es richtig die hauptsache ist das muss nicht würfeln ja das ist das wird schwierig bei dem fahrzeug so wir sind auf der plumenwiese ja irgendwie hier steht im iron ball seine hütte aus minecraft ja so und nun weglang weglang ja ich hab auf 1 plus gestellt der kerl da habe ich wieder aus das habe ich wieder ausgebremst ja noch mal motor abwürgen wie in der fahrschule ne 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 motor habe ich jetzt nicht abgewürgt dafür fliegt ja gleich getriebe um die ohren boah es gibt ja auch dann über die mod ich habe es vorher im psycho mal erwähnt irons also noch nicht im teamsweek war es gibt anscheinend auch eine winter mod ok müssen wir auch irgendwann mal checken als als gemeinschaftliche karte oder so das muss bestimmt auch cool kommen im schnee hier um einzel fahrer ich fahr doch meine güte da drückt der typ von hinten ja wenn ich auf 1 plus stellen ist es vorbei damit ein stück schneller als du trotz mit mehr gewicht hier liegen äste gut knirsch soll dann müsste es gleich nach rechts gehen nach rechts so ein weg ist das macht man nicht so schnell wartet mal ja aber ich habe ein bisschen mehr last hier hinten noch drauf also ich würde jetzt hier geradeaus fahren psycho könntest du auch hier geradeaus geradeaus ich glaube ich bin bei mir bin ich der rest gefahren das bin ich aber nicht mehr so sicher wir fahren mal geradeaus probier es mal wie sieht es aus mit dem iron wo ist der ich kämpfe ich gerade die strecke hier auch ich sehe es gerade so ich glaube aber hier geht es jetzt richtig in die rabatte warte mal ganz kurz warum wird die verdeckung das ist muss man auf diese verdeckungs ja du musst auf diesen punkt fahren ok dort wo verdeckung ist ja dort muss auch hin fahren das ist dann sage ich mal so wie bei dem holz so eine ablagestelle so wird hat schon ein checkpoint der dann außenrum alles freischaltet richtig genau okay da war ich jetzt einfach mal hin aber wo ist denn bitte dass er automatisch halten tut ganz rechts oben ganz fest da ist aber nicht gefahren das sieht gerade aber übel aus jetzt hier sage ich ja warte mal ich probiere es hier ich versuche mal die kleinen bäumchen weg zu holzen ist der irons hinter mir aber das habe ich mich doch doch ja mir nach genau das sieht gut aus das sieht sogar sehr gut aus hier ist ein weg zumindest 95 8 jetzt schätze ist kaum stimme da als scheiß biller stein ich habe mich darauf schön aufgewickelt da ging gerade das popo meter ich fahr jetzt gerade mal hier zu rechts runter Ja, das ist gut, hier sind wir richtig Boah, wo bist denn wir so langs gefahren? Ich hab hier gar keinen Überblick Ich fahr mal auf die Verdeckung drauf, dann haben wir das Okay Das scheint mir nämlich hier der Fall zu sein Jetzt fahr näher heran, um die Verdeckung zu entfernen So, die Karte müsste gleich aufgedeckt werden Ja, das ist aufgedeckt Ja, siehst du, jetzt könnten wir den Rest machen Dort, wo die Steine sind So, das Problem ist, ich muss jetzt rechts fahren, dann links Ne, ich kann einfach geradeaus fahren Wir müssen dann hier, wir müssen jetzt rechts runter fahren Ja, ja Ich muss jetzt zurück Ich muss jetzt zurücksetzen Problem ist Ich hab jetzt hier so einen scheiß Baumweg Boah, mit Anhänger, das ist Scheiß Mir hängt das Mir hängt schon die Baumstäbbe in Laster drin vorne Man muss auch passen, dass ich nicht verkeilst da drin Oh, 200 Schaden Fuck 200, das ist ein Wort Ja Oh, 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 Mist Ich muss ihn ja zurücksetzen So, komm Ich fahr jetzt nicht am besten Boah, die Steine hier sind fies Mach keinen Quatsch, Digga Wie bist denn du gefahren? Ich seh hier Pass mal auf Ich seh hier Schau einfach mal Ich seh hier einen Weg Ja, ich hab den Weg geebnet Ich hab da die Bäume kaputt gefahren Ja, die Bäume, die richten sich wieder auf Das ist das Problem Au, Mist Ah, da unten ist ja Ah, da ist er ja Ich seh dich von hier oben Ich komm mal da auf der Seite lang Perfekt So Wo ist der Irons? Ich bin direkt dahinter Der ist hinterm Psycho Okay, weil ich fahr hier oben den einfachen Weg mal wieder Ja, schön Scheiß Baum Kommst du hoch? Ja, ja, ich komm da hoch Ich muss nur noch ein bisschen wenden nochmal Ach du Schande Hier ist so eine Behelfsbrücke Das wird jetzt interessant Wenn die mir jetzt unterm Hintern zusammenkracht Dann hab ich echt gewonnen Oh, nein Wär ich nur gleich diesen Weg gefahren Wär ich nur gleich gefahren Ach du Schande Ich probier mal gleich Ob ich mich hier hochziehen kann Oh, oh Oh, oh Oh, oh Was ist? Oh, oh Nein Schmerzen Nein Ich versuche mal die nächste Verdeckung aufzufahren Was ist? Hängst du oder was? Nee, aber ich hab Schau mal links von dir Da stehe ich auf der Brücke Ja, ey Oh, scheiße Ich kann gleich mal was gucken Ich muss hier vorne erstmal gleich Du musst rechts fahren Du musst rechts Äh, links fahren Links, links, links Ich hab dich verfahren Stimme wieder aufladen Ich fahr mal zur nächsten Verdeckung Ja Dass wir da auch den Weg freikriegen Jetzt hab ich mich nur ernsthaft verfahren Boah Heiliger Strohsack Äh, Ivan, du musst noch ein Stückchen zurückfahren Ich kann nicht Mir hängen die Bäume auf dem Boden Scheiße Jetzt ernsthaft? Mhm Ernsthaft Hat sie die Bäume runtergehauen Ja Mist Ich mein, das Witzige an so einem Multiplayer Äh, dass du das auch aufnimmst Ist, dass man halt beim anderen gegenüber dann Bei den anderen Kollegen nachgucken kann Wie es bei denen gelaufen ist So aus deren Sicht Das finde ich echt interessant So, da hinten ist eine Verdeckung Komme ich da hin? Wieder gucken hier Warum ist die Verdeckung in der Pfütze? Ja, super Probieren wir's mal Äh, genau Ich seh auch so viel jetzt hier Mist Stein Stein Ich kann hier nicht wenden Das ist das Problem Steine Blöde Steine So, ich probier das nochmal So, ich hoffe, dass ich jetzt nicht absaufe In der Pfütze Nee, nee, da saufst du nicht ab So, Verdeckung ist offen, Leute Dann mal unten zum Ziel Wir sind gar nicht mehr so weit weg Ja, fahrt ihr mal Ich hab hier noch ein Problem Wenigstens wird die Kutsche sauber Hast du die Stämme alle verloren oder was? Nee, die hängen mir so halb drauf noch irgendwie Du hast aber einen Kran dran, ne? Ja Wie kann man die Stämme wieder arretieren dann? Ich weiß es nicht Weil das ist ja nicht wie beim LS17 Mal kurz aussteigen und die Und die Spanngurte anbringen Ja, Spanngurte fehlen hier Ich schaue es laut It's my life Oh, das habe ich mich festgefressen, ey Scheiße Um alles hier hoch zu heben, das schafft er gar nicht Ich versuche es einfach so weiter zu fahren Ja Wir sind hier falsch, sagst du? Ja Du musst Stückchen zurückfahren Hm, ich sehe es gerade Kraftstoff habe ich zum Glück kein Problem Also ich glaube, den Kraftstoff hätten wir uns sparen können Ich habe ja noch Ich wischendurch noch, die ich noch befüllt, ne? Einmal, ja, das waren 200 Liter Zweimal Aber ich habe jetzt immer noch 600 Liter Zweimal habe ich die ich befüllt Zweimal? Ja Ach, vorher, wo wir noch Pause gemacht haben Genau, richtig Jetzt, dann ist es natürlich richtig Wow Ist das fies Boah, also Piotr, mein Fahrer hier, der hat zu tun Der hat zu tun, der Kerl So, ihr fahrt jetzt, drückt da hinten zur Straße, ne? Ja Okay, ja Beziehungsweise, wir versuchen es Weil, einmal verliert es ja ganzes Holz Ich fahr schon mal weiter runter Und versuche noch da unten dann Zum Ziel hin aufzuklären Weil ich komme eigentlich am besten voran mit meiner Mit meiner 1er-Kutsche Ohne Anhänger Mhm Ich glaube, ich werde die auch gleich absetzen hier Jawohl, fehl's Oh, oh, oh Wir müssen auch irgendwann mal so eine Fun-Session machen, wo wir alle mit Quads fahren Okay Die werden mich gleich umkippen lassen wahrscheinlich Nee, ne? Warte mal, ich mach mal kurz Anhänger lösen Jetzt hast du das ganze Holz verloren Jetzt hab ich das ganze Holz verloren, tatsächlich Ja Anmachen, dran machen kann ich auch nicht wieder Oh, das ist los hier Jetzt kommst du nicht vorbei, wa? Nee Mist, da liegt ein Stein im Fluss drin Kommst du dran vorbei, Digga? Nee, ich komme nicht dran vorbei Ich komme ja nicht mal aus dem Kuhle Haus Nee, ob du an meinem Anhänger vorbeikommst Ja, das geht, das geht, das geht Okay, das wollte ich bloß wissen, weil so Das wird ja unsichtbar Und dann bleib ich mal aus Fahrzeug für dich vorne dran Und zieh dich mit, wenn's sein muss oder so Weil jetzt hab ich ja nix mehr drauf Oh, 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 oh Ich häng hier total im Bach Das ist nicht wahr jetzt, oder? Muss ich doch ein Stück außenrum fahren Ich glaub's ja nicht Zumindest krieg ich keine Meldung Von wegen gefährlicher Wasserstand Ah, hier ist eigentlich das Wasser relativ noch niedrig Auf der Draht Ja Er kämpft auch ganz gut So, das sieht jetzt gut aus Aber ihr kommt hier nicht durch den Bach durch Ihr müsst unbedingt am Rand fahren Ihr werdet nicht durch die Kuhle kommen, wo ich grad bin Ich bin da grad mit Ach und Krach rausgekommen Boah, kann das sein, dass sich der Grip von den Reifen im Wasser tatsächlich verändert? Ja, das ist krass So, ich seh die nächste Verdeckung Karte geht gleich auf Boah, pam, pam So, bist du Alex? Kommst du da hinten? Ich komme Also, Karte hat aufgedeckt In 3, 2, 1 Zip Zip Oh, ihr seid ja gar nicht mehr so weit weg Okay, wir fahren hier hin Und dann hier runter Probieren wir's mal Ihr müsstet das jetzt sehen bei mir auf der Karte, ich hab's markiert Wie gesagt, passt da hinten im Flussbett auf Ja Weil da kommst du eigentlich nicht mehr raus Ich hab's echt knapp nur geschafft, weil da irgendwo im Flussbett ein Stein drin liegt Ja, da bin ich jetzt da grad dran Ah, sehr schön, hast du ihn gefunden, gut Ja, ich hab ihn gefunden Schön, der war unter Wasser versteckt Schön, dass du ihn gefunden hast Ja, danke für die Info Äh, was ist denn das hier unten? Ach, wie cool Diese Ruinen, die hier überall rumstehen So, diese Ich komm nicht mehr weiter Kommst nicht mehr raus, ne? Ne Soll ich zurückkommen und helfen? Iron ist da Hast du keine Ladung mehr, Iron, oder? Nö Holon Okay, da hast du den Hänger auch schon abgeschmissen Ja Alles klar Sehr schön Mist, ich bin zu weit gefahren Okay, ich hab dich abgehangen Ne, das war jetzt blöd Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ah, okay Aber es sieht gut aus Dass zumindest, dass wir heute mal so ein Drittel abkriegen Oder zumindest die Hälfte abladen können Jo Ja, der Fortschritt wird halt nicht gespeichert, ne? Bitte? Der Fortschritt wird leider nicht gespeichert Das ist das Problem beim Multiplayer Ja, da muss man halt in einer Session mal durch Aber mein Gott, das ist ja eher die Funrunde Ja Außerdem wirst nur du gekündigt Wieso? Einfach so Ja, genau Wo hapert's hin, mein Lieber So, da lang müssen wir Das hat sich so eine schöne Geschwindigkeit drauf gehabt Aber nein, da bleibt nur mal jeder schwer Ja, ja Ist ja gut Du wirst da plus eins Motor abwürgen Ja Ja So, da sind wir Dann lade ich den Spaß jetzt mal ab Wenn ich jetzt an den letzten Steinen hier auf dem Platz nicht umkippe Das wär's doch So Das wär's doch, wenn du dich jetzt hier würfelst Ja, jetzt noch die Kutsche in Position bringen So Ach, du suchst jetzt gerade einen anderen aus, oder das? Mhm Wie das? Ich schau mal den kleinen gelben, wo wir früher hatten Ach, du bist an der Werkstatt jetzt wieder? Ja Boah, da ist aber noch viel Verdeckungen hier, ne? Wahnsinn Wobei, der kleine ist eigentlich auch recht Fix unterwegs Boah, ich muss mir jetzt mal den Sattelschlepper oben beim Holzplatz angucken, Leute Na gut, ihr könnt es ja auswählen jetzt Ja, ja Ach, du Schande Wie gesagt, frag mich nicht, wie er sich fährt Das ist unmöglich, oder? Ich weiß es nicht Also Allrad hat er, aber Ne, 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 das ist ja irre Ja, ich hab mich schon gleich festgefahren hier beim ersten Stein Ich steck auch mit dem Sattelschlepper schon fest Also den hier hinzustellen, das ist ja Also mit dem kleinen hier zu fahren, geht eigentlich noch Mit dem kleinen, ja Aber du siehst nicht, was ich gerade mache Alex, du bist auch schon da, ne? Ja, also der Sattelschlepper ist eine Zumutung Vor allem, was kannst du mit dem machen, der ist ja verdeckt, komplett zu Ja, ich weiß nicht, kann man da auch die Stämme aufladen, ich weiß nicht Aber ich komme ja leer schon nicht weg Handbremse angezogen, Differenzialschwerre an Differenzial, guter Hinweis Aber Allrad ist an Ich komme durch Also ich bin hier in dem Wasser drin Mit was? Mit dem LKW Mit dem Anhänger hin Hier? Hier mit dem langen, mit dem Sattelzug Ja, da bin ich gerade am Holzplatz, ich komme nicht mal hin zum Aufladen Aha Ich weiß nicht, was du machst, ich komme mit dem auch ganz gut klar gerade Ja, ihr fahrt auch gerade weg Ich fahre gerade erstmal hin Holzaufladen Kannst du, wenn das geht? Ich weiß ja, ob du da Holzaufladen kannst Ja, das ist ja das, was ich gerade probieren möchte Ich denke mal, die Karren, die wirst du hier unten wahrscheinlich holen Und die haben wahrscheinlich schon eine Ladung oder sowas drin, die abgegeben werden müssen Das glaube ich nicht Nicht? Mhm Weil wo sollst du denn da hier noch was holen? Da gibt es ja nichts mehr Werkstatt vielleicht, dass du Werkstattteile oder sowas bringen kannst Wäre möglich Ja, leider wird er nicht mehr weiterentwickelt Weil die Entwickler hatten eigentlich noch die Idee, noch weitere Sachen irgendwie einzubauen Da gab es noch ein paar Sachen damit Aber, wie gesagt, ich glaube, die Entwickler haben sich dann irgendwie verkracht Irgendwas war da Tatsächlich, man kann Holzaufladen mit der Kutte Echt? Ja Ich versuch's gerade Okay, ich hänge fest Etwas muss angebaut werden, angebaut werden Aktuelles Fahrzeug kann die Ladung nicht tragen Ah, okay, kann ich sagen So, wie cool, mein Fahrer, während ich hier entscheide, ob ich Holzaufläge, pennt mein Fahrer Was? Wie cool, der pennt Einfach mal eine Runde pennt Der hat sich gerade zurückgelegt im Laster und pennt Hast du einen Motor ausgemacht? Nee, der läuft noch so im Stand So, mal probieren, ob ich Hat er wartet Also Holz kann man mit dem nicht aufladen Tatsache Hast du es probiert? Ja, der legt sie zurück und pennt Der ist mir jetzt schon sympathisch Aber mal unter uns Warum sollte ich mit so einem Sattelschlepper hier rumeiern Wenn ich kein Holz aufladen kann mit dem blöden Ding Also meiner legt sich Ich denke fast wirklich, dass da Bereits Ladung drin ist, die abgeliefert werden kann Meiner legt sich nicht hin Jetzt hat er sich hingelegt So, ich guck mal Ah, tatsächlich Was dann? Ja, ja Der Kollege Der Kollege Irons hat recht Wenn ihr auf der Karte ganz unten rechts guckt Also man kann anscheinend mit diesem Sattelschlepper Musst du die Werkstätten beliefern Also du könntest jetzt runter zur Werkstatt unten links fahren Das probieren wir mal Oder aber du fährst unten rechts hin Da in der Nähe von dem Holzplatz, wo wir waren Okay Und wenn ihr mal genau guckt Unten rechts auf der Karte Ganz unten rechts in der Ecke Da steht geliefert Vier von acht Das ist das Holz Das ist das Holz Vorsicht Das ist das Holz? Ja Das ist das Holz Okay Du hast ja vier Punkte Hast du ja bekommen Stimmt Wir haben da vier Punkte erledigt damit Genau So Dann Versuche ich jetzt mal nochmal hier raus zu kommen Völlig unnötig mit dem Sattelschlepper nach da hinten geeiert Ich versuche dann mal zu dieser Geschichte dahin zu kommen Zu dieser Werkstatt Weil der Schlepper, der muss ja einen Sinn haben Ja Das ist also irgendwie so völlig unsinnig Bezweifle ich es eigentlich So, wer hat denn da seinen Sattelschlepper im Bach stehen lassen? Ich Aha Ich bin wieder weg Er musste noch ein bisschen gewaschen werden Der ist sogar ganz schön gut geländegängig Zumindest im Moment noch Also jetzt bin ich gerade auch erstaunt Der zieht sich halt vorweg, ne? Mhm Nur, ich kann ja mal mit dem hier wirklich Wie gesagt, Fahrzeug zu dieser Werkstatt retten Ich drücke auf Ja Es passiert nichts So Das nächste, was ich jetzt da tun werde Ist nochmal dieses Fahrzeug hier wegschaffen Der schiebt hier den Matsch vor sich her Das ist nicht mehr feierlich Ja, aber er kommt gar nicht so schlecht voran dafür Das stimmt, ja So Kann ich jetzt da zur Werkstatt Ja, jetzt geht's Ich komm mit dem Okay, nicht verfügbar Zusatzbeleuchtung Ja, mach ich dran Sag ich was? Äh, mit dem Mit dem LKW Entschuldigung, in der Werkstatt Ah, du bist schon dort? Ja Das ist ein sogenannter Werkstattanhänger Der bringt dir vier Werkstattpunkte Du musst da oben rechts zu hinten, ne? Zur Werkstatt Ah, die muss man damit beliefern Ja So Deswegen wollte ich jetzt da wissen, was der da dran hat Ich hätte mich gerade fast gewürfelt Nee Doch Schlipper Doch, aber hast recht Wenn der da mal im Laufen ist, dann läuft er Und wenn er steckt, steckt er Jo Hm Ach, du Schande Keine Chance Ja, denk doch Du kannst die Seilwede benutzen, ne? Ja Aber nicht, wenn du in der Pampa drin steckst Allrad, Differenzialsprache, alles an? Alles an Okay Und Ich hab grad auch nichts, wo ich Seilwede anbringen könnte Ja, das ist es eben Ich versuche jetzt mal mein Glück hier bei dem Fluss Aber Boah Er wackelt wie ein Kuhschwanz Aber er kommt durch Er kommt durch über den Fluss Sehr schön Seilwinde haben alle? Ja Ja Da müsste ich ja aber eigentlich vorne irgendwo den Punkt sehen, ne? Ja Ja, drück mal V Ach, im Fortgeschrittenen ist es genau Genau Ja Das ist aber Boah Was machen wir jetzt? Also ich steck fest Echt? Mhm Wo bist du denn? Ich kämpfe mich durch Aber ich sehe es ja Flussbett Ja Da Ich hänge hier schon an der ersten Pule Ich hoffe, dass ich hier mit ein bisschen Schwung jetzt durchkomme Also hier war die Seite Eine ganz schöne fiese Fiese Falle Okay Am Rand des Flusses langzufahren Also ich komme mit dem LKW eigentlich ganz recht gut durch noch Das sagt er, weil wir ihn nicht sehen Du siehst mich auf der Karte Wie ich mich bewege Ach Cheater Nee, nicht Cheater Du kommst immer auf Cheater Ach, da hinten ist er ja Da sehe ich was Da ist der gute Irons Dann fahre ich mal auf der Seite vorbei Oder zumindest versuche ich es Nimm die andere Seite Wie? Rechts, ne? Ja Ich probiere es mal Dann kann ich dich vielleicht rausziehen So, wenn möglich Nicht in die Spurrinne rein Also das mit den Spurrinnen Muss man auch lernen, ne? Wenn, dann querfahren dazu Ja, gut, bei manchen Fahrzeugen Musst du immer da reinfahren Dass du da nicht umkippst Und ich glaube, ich kriege mich Ich habe mich Ich habe mich Hast du dich? Komm, naja Er hat sich freigegraben Doch, der, also Ich muss wirklich sagen Nee, hat er nicht Oh Mist Kannst du dich an mich dranhängen? Du musst ein Stückchen Zu weit Ein Stückchen hinter wollen Okay So, drei, vier Meter Ja Alles klar Ich mache mal die Handbremse an So, dann gebe ich mal Stoff Ja, ich bin draußen Okay, super Na also Wäre doch gelacht Das kriegen wir noch hin Die fünf Minuten nehmen wir uns noch Dann haben wir auch endlich mal Die Werkstattbinde abgeliefert Au, au, au Au, au, au Da seid ihr schon bald da? Ja Okay Naja, gut Ich möchte jetzt den Tag Nicht vor dem Abend loben Ja gut, okay Ihr braucht noch ein paar Minitier Aber wir können hier oben Quasi weiterfahren, ne? Ah, ich komme hier nicht raus Warte mal Au, ihr habt ja da hinten Euren Spaß Das ist ja unglaublich Ja genau Schieb mal Gute Idee Oh, das war jetzt schwierig bei mir Warte, ich häng mich an Ich häng mich an Ja, häng dran Ne, doch, hast du noch Klappt? Ja Bleibt dran Weil ich komme jetzt auf gutem Untergrund Wie geil das Spiel ist, Mensch Das machst du da jetzt schon Der Gelackmeierde Da müsstest du die Karren umtauschen Und hin und her fahren Und rausziehen Und rum und rum machen Das Game hat eine echte Multiplayer Berechtigung Das stimmt So jetzt aber, komm Da sieht der Boden noch ein bisschen fester aus, Mensch Na? Scheiße Ich mach mal das Licht aus Und sehen wir den Spaß hier Mann, du hinterlässt mir Voll Unglaublich Ich glaube Ja Äh Was denn Wir sind eigentlich richtig aus Hier wird in der Karte Und hier geht auch einen Weg lang Durch diesen kleinen Teich da vorne Dann probieren wir es Dann geben wir mal Stoff Warte mal Ein Berg hängt Ein Matsch Andere Anfahrt Äh Ich fahr einfach mal durch Ja Ich fahr einfach mal durch Jetzt Achtung Jetzt entscheidet sich's Das sieht gut aus Gefährlicher Wasserstand Aber Ja Geht schlimmer Ist okay Ist okay Oh ja Oh 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 Jaul Oh das hat gut geklappt Ich geb einfach jetzt mal Stoff Irons Sonst wenn ich stehen bleib Komme ich nicht mehr weg Mhm Also du kannst durch den Fluss Durchfahren Das ist kein Problem Ja ich bin auch gleich durch Weil da kommt irgendwo mal Von wegen gefährlicher Wasserstand Aber das war's dann auch schon Ich weiß auch gar nicht Wie lange man dieses gefährliche Wasserstand Aushalten kann Äh Bis du Ähm Ja den Schaden Der komplett voll ist Ah Bei gefährlichem Wasserstand Nimmt der Schaden zu Ja 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 Psycho ist ja voll der Klugscheißer Da hat er alles schon ausprobiert Ja Au 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 Nicht Mach keinen Blödsinn Nein Was geht denn jetzt hier für ein Film Hängst du wieder Naja was heißt wieder Verdammt Hier sind nur kleine Bäumchen Hast du die verkeilt Soll ich mal andungeln Ich schau mal Ja mach mal Rums mal ran Yo 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 Nein 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 du kippst Boah Alter Das ist das besagte Pocometer Ja Echt mal Da geht es dir echt anders Jetzt hängst du wieder Sag mal die Reifen Dass die als qualmen Sind das dann so die Die Ist das die Kupplung Die qualmt So Jetzt warte ich Ich bin ja mal gespannt Ob du da rumkommst Das sieht gut aus Tja ihr seid zu zweit Ich köpfe mich hier alleine durch Ach du machst das schon Ja 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 So fahren wir durch den Fluss Jo Das machen wir jetzt noch Komm Gib ihm Alter wie der den Dreck hochwirft Und was wir für einen Tiefgang haben Bei mir sehe ich meine Achse gar nicht mehr Ja ich bei mir auch nicht Weil man ja dann anfängt so eine Wand vor sich her zu schieben Oh Abdeckung Beziehungsweise Verdeckung So Sehr schön Das ist gut So Das müssten wir jetzt noch hinkriegen Repariere ihn mit Zusatzteilen Oder rettet Ach du Schande So Karre ist kaputt Was Bei dir? Ja Hast du ja schon gewacht Keine Ahnung Keine Ahnung Naja Wenigstens Der Motor ist hinüber Okay Hast du die 600 Punkte schon voll? Jupp Okay Ach Mist Ich glaube wir sind auch anders gefahren Wir müssen anders fahren Ja Ja das ist Das ist keine Idee gewesen Der Psycho eiert da unten rum Ja Ich kämpfe mich da durch Egal wie Aha da ist der da So was ich jetzt auf jeden Fall mal noch einmal probieren möchte Bevor ich ausmache Das ist dieser Typ K700 Aha Einen Greifer hat der Mhm Was kannst du mit dem Greifer? Keine Ahnung Kannst du einen anderen einfach packen und wegziehen oder? Das kann ich mir vorstellen ja Das sieht mir so auch nie Und einen Kabinenschutz hat der Ding noch Okay Mehr kann das Ding nicht Aber egal Boah Oh 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 Ich habe jetzt auch wieder so eine Seltsame Schräglage Aber ich bin durch Na kriege ich den Baum um? Oh Das sind ja Alle Baumstimmen im Weg Ah Einfach schön durch Okay Wo muss ich jetzt da lang? Ivan Gold ist dort Okay Boah Also der Der gelbe Der gelbe Ah scheiße Ich hätte gesagt nicht stehen bleiben Ah fuck Ist stehen geblieben? Ja Ich hätte gesagt nicht stehen bleiben Okay Okay Ich könnte mich noch einmal retten Ich versuche gerade mal noch Was der dicke gelbe Oschi drauf hat Der fährt sich gar nicht verkehrt Und ich glaube mit diesem Greifer Oh 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 Was denn? Mit Oh 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 Mit diesem Ich glaube das ist es wirklich Mit diesem Greifer kann man wahrscheinlich Die anderen Fahrzeuge dann irgendwie packen Da fällt mir was ein So jetzt hänge ich Scheiße Bei mir im Auspuff ist Feuerwerk Was? Okay Wie das denn? Keine Ahnung Ich ging gerade um die Grube gefahren Da kam ich irgendwas mit 100 100 Schaden auf dem Motor Und jetzt wenn ich Gas gebe Hörst du richtig so die Fehlzündungen Und Feuer Auspuffen Ja ich weiß nicht ob das bei mir passiert ist In dem Moment also So jetzt probiere ich das mal Mit diesem Greifer Ich bin an der Werkstatt Wenn ich jetzt noch hier hochkomme Herrlich wie das ausschaut Psycho bist du da gerade eingefliegen? Hä? Was meinst du? Hallo? Ich schleppe gerade Ich schleppe gerade Einen Ein anderes Fahrzeug ab Okay Moment mal Was ist das denn? Äh haben andere Fahrzeuge Haben andere Fahrzeuge Eine Eine KI Nein Ich dachte ich wusste So jetzt pass mal auf Doch pass Moment So der Psycho Ist da oben Und der Irons Ist auch oben Ich bin unten an der Werkstatt Und wenn ich hingehe Und ein fremdes Fahrzeug Ankopple Fängt dieses Fahrzeug an Gas zu geben Okay Cool Also da ist eine KI dann im Spiel Mhm Geil So ich bin jetzt auch gleich in der Werkstatt oben Jo Also mit diesen Dingern Ding Perfekt Damit kann man also An die Werkstatt überliefern Boah geil Und jetzt kann ich Äh Alter Aber ich hab's auch fast geschafft Werkstatt Anhänger Der kann nicht viel tragen Der kann nicht viel tragen Psycho Hast du im Singleplayer mal versucht Dein eigenes Fahrzeug abzuschleppen? Ne noch nicht Noch nicht Weil Das ist jetzt eben das Was ich jetzt gerade getestet habe Und das hat mich irritiert Weil ich dachte Einer von euch ist da eingestiegen In den Karren Aber das ist Da ist niemand drin In dem Auto Und wenn ich hingehe Und das Auto anhänge Ich probiere das jetzt nochmal So jetzt probieren wir das noch einmal So V Zack Windenpunkt Tatsächlich Wo bist denn du? Ah da unten Das ist tatsächlich so Leute Wenn ihr Fahrzeuge abschleppt Im Singleplayer Oder alleine Ohne dass jemand anders drin sitzt Dann steuert die KI das Fahrzeug Okay Da wird das Fahrzeug Also der Der arbeitet mit Okay Du siehst wie Wie Rauch Raus kommt Dass da jemand Gas gibt Und arbeitet Ich sehe aber auf die Entfernung Nicht dass da jemand drin sitzt Aber das ist gut zu wissen Weil ich habe mich schon gefragt Wie man im Singleplayer Die Fahrzeuge rauszieht Weil du musst ja parallel Gas geben Ach da kommt ja jemand Wer ist das? Seiko? Ja So jetzt schau mal hinten Ich habe den im Schlepptau Siehst du das? Ich sehe gar nichts Ja sehe ich Ja sehe ich So und der gibt Gas Okay Der arbeitet mit Also der lässt mich nicht die Arbeit machen Siehst du das? Ja sehe ich Die Leine hängt Ja gut die Leine sehe ich nicht Achso okay Aber er selber gibt auch Gas Also ich sehe dass bei ihm Rauch aus dem Auspuff kommt Okay Das teste ich mal selber aus Mach das mal So Ich versenke den jetzt im Fluss Ich gehe mal gucken was das hier unten auf dem Fahrzeug ist Was noch freigeschaltet werden muss Ja Oh Was passiert wenn man die Grenze erreicht? Ja Motor startet Und der gibt auch Gas Ah sehr schön So ich bin hier am Ende der Karte Na also Muss auch nur sein Und nein Es sitzt auch keiner drin Genau Interessant ne? Gut zu wissen Das stimmt Weil ich habe mich eben gefragt Wie kann das gehen Dass du dann alleine Karren wegziehst Söde Herren Das war doch wieder mal eine schöne spaßige Runde Ja Ja Dann sage ich wieder mal Danke für eine Runde Männersandkasten War auf jeden Fall Eine lustige Runde Ja Das stimmt Ja So Dann Bis zum nächsten Mal Die Herren Alle dann Tschüss Bis dann Tschüssli Bis dann Tschüssi Tschüssli Tschüss Tschüssli Marty